Wie hast du jetzt? Alter, nervt mich nicht. Ich bin genau auf dem Ding. Landing hier ausfahren? Hab ich. Indium. Gold. Ich stehe genau drauf, aber der nimmt mich nicht an. Keine Ahnung. Okay, demand. Kein Supply hier. Schade. Der nimmt dich nicht an. Kann gar nicht sein. Ist es ausgelaufen, die Zeit? Du hast fünf Minuten Zeit zum Landen. Nein, ist noch. Ich komm mal raus. Ich stehe. Hallo. Du musst richtig rum drauf stehen. Du musst die Zahl angucken. Du musst deine Nummer von deinem Landingpad angucken. Sonst muss ich 180 Grad drehen und das drehen dauert richtig lang. So wie ich gerade. Gleich haben wir es. Zwei Stunden später. Ich fliege lieber so. Es geht schneller. Na genau. So, du musst so dran landen. Genau. Jetzt auch ein bisschen nach rechts. Stehen bleiben. Und jetzt nur straight nach rechts fliegen. Ja, genau. Perfekt. Das war eine schwere Geburt. Alter. Ich mach mal Licht an, Licht aus. Licht an, Licht aus. Licht an, Licht aus. Licht an, Licht aus. Wahrscheinlich kostet es nach tanken 2000 Credits und ich hab nur 1000. Du hast nur 1000 Credits zum tanken? Nee. Ich hab ja bisher keine Mission geschafft in drei Stunden oder vier. Wir spielen ja erst zweieinhalb. Ja, ich schon ein bisschen länger. Äh, richtig rum draufstehen. Ähm, Frank, kannst du mir kurz mal sagen, wie man sein, sein, wie man aus seinem Inventar Sachen rausschmeißen kann? Einfach, einfach hier discarden. Das, nee, das Abandon, dann bleibt's liegen, oder? Ich teste es mal kurz an dem hier, weil es nicht so viel wert ist. Abandon. Eins. Jetzt fliege ich mal kurz. Jetzt hab ich nen Feind bekommen. Wie geil ist das denn? Nee, das ist es nicht. Da unten. Ach, die Feinds, die zahl ich gleich. Warte. Wie kann ich nochmal meinen Scoop rausholen? Open Orders. Hä? Open Orders. Nee. Hier kann ich am Kontrollen nochmal mein... Oh, nicht zwischendran. Cycle next target. Okay, ein paar Quests annehmen. Kann ich meinen Cargo-Scoop echt nur so rausfahren? Okay. Ich geb dir mal ein bisschen Geld, guck mal her. Was, wo bist du? Ja. Kannst mich doch anvisieren. Mach einfach... Durchcycling, bis du mich im Visier hast. Ich bin eigentlich grün auf der Map angezeigt. Und Spieler... Generell echte Spieler... Schau mal auf die Minimap. Echte Spieler haben unten auf der Minimap... Ähm... Sind hohl. Okay. Dieses... Dieses... Rechteck-Symbol... Also ich sollte... Ich sollte nicht... Ich sollte... Wie alle anderen... Sachen, die hier rumfliegen... Eigentlich so ein... Ein Rechteck sein. Du bist genau. Genau. Kommst du gerade raus? Aus der Station. Komm mal zu mir. Ach ja, ich hab noch mein Lennig hier draußen. Deswegen bin ich so langsam. So. Genau. So, ich bleib mal kurz hier stehen. Bin ein bisschen von der Station weggeflogen. So, ich lass mal hier was für dich fallen. Ähm... Bevor du zu mir kommst... Ich mach mal kurz das Licht an. Damit du mich... Siehst du mich? Äh... Nicht besser als vorher. Also so bin ich ohne Licht. So bin ich mit Licht. Also ich sehe... Wir müssen 800 Meter, das sollst du ein bisschen abbremsen. Hallöchen. So, 400 Meter, 300, 200... Ah, hi. Guten Tag. Sag, bleib mal stehen. Das ist jetzt ein großer Unterschied zwischen Steinwerfer und... Hast du es angemacht bei dir? Jetzt ist an. Jetzt ist aus. Aus. An. An. Ja, ich sehe dich nicht wirklich. Ich dropp mal hier was für dich. Ich hab hier im Inventar ein bisschen Gold. Da ist ein Ding 9000 wert. Ich dropp dir mal hier... Geh mal ganz kurz auf Nummer 4. Funktionen. Ja. Cargo Scoop. Oder wie heißt das bei dir? Das dritte von oben. Frachtluke. Frachtluke. Einmal runterfahren, bitte. Ist schon unten. Ja, ich sehe es irgendwie... Mach es mal rein. Sieht voll lustig aus. Warte, ich mach es mal bei mir. Wie sieht es bei mir aus? Warte, warte, äh, 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 4. Sieht man das? Ja. Wow. So. Und zwar... Kannst du aufmachen? Ja, genau. Mach mal auf. Und ich dropp dir... Wie viel hast du denn gerade im Inventarplatz? Rechtsklick. Also auf die 4 und Inventar anschauen. Was hast du denn? Wie viel Platz hast du denn? 4. Dann droppe ich dir mal hier dir 4 von meinem Gold. So. Dann bin ich mal nach oben weg. Und du musst jetzt... Unten links ist so ein Minigame. Du musst es jetzt anvisieren. Und das musst du im... Alle auf einmal. Alle auf einmal. Du musst es anvisieren und dann in der Mitte halten. Dass unten das im Fadenkreuz drin bleibt. Gerade. Siehst du das? Ja. Ja, genau. Und dann musst du jetzt das mit allen machen. Hast du eins? Einmal? Ja, genau. Dann kannst du es gleich hier an der Station verkaufen. Los, sammeln sie alle ein, du kleiner Stinker. Nein, daneben. Ganz langsam. Mich ganz viel Sorgfalt. Es gibt noch solche Sammler-Drohnen. Die kannst du dir in dein Schiff leider nicht reinbauen. Das ist zu klein dafür. Aber wenn du die deployst, die fliegen automatisch zu jedem, was in deiner Nähe rumfliegt. Und sammeln das ein und bringen es automatisch in dein Cargo. Das ist ganz nice. Hast du es? Da ist noch direkt eins vor dir irgendwo. Ja, ja. Zwei sogar. Ich bin ganz vorsichtig reingeflogen. Und du hast es, oder? Nein, warte. Da ist noch eins. Da sind halt zwei noch. Aber eins hast du jetzt gleich. Ja, das hast du. Jetzt muss ich noch mal 180 Grad drehen. Da ist noch eins. Also die Frage, in welcher Richtung? 180, einmal 180 Grad. Genau, da ist es. Und immer schön anvisieren, dann verfehlt man es nicht. Okay, Franco gibt mir gerade den Tipp, ich sollte nicht alles auf einmal aus dem Cargo rausschmeißen. Sonst rammen die sich gegenseitig die ganzen Sachen und fliegen dann weg. So, dann fliegen wir zur Station zurück und verkaufe die mal. Warte mal, wo waren die jetzt? Die Station? Oh, ich drehe mich noch ein bisschen. Ähm. Ah, so. Du spielst doch lustig, ich finde es besser als No Man's Sky. Hi. Die Silent Winer sieht schon ziemlich cool aus. Guten Tag, der Herr. Wieder auf den Vierer. Oh, ich gehe kaputt. Aber schön die Zahl anschauen, ne? Oh, fuck. Bremse auf einmal ab hier. Jetzt gibt es wieder Gas. Der Sandro. Ich hätte da noch was im Inventar. Noch mal drei Gold und ein... Ach komm. Marine Equipment. Braucht doch keinen Schwanz. Ja, jetzt bekomme ich hier wieder einen Feind. Fick dich doch. So. Ich muss aber kurz landen, um meine Feinds zu bezahlen. Wo sind das jetzt? Das ist auf der anderen Seite, ne? Auf der Nummer fünf. Wie findest du denn das so schnell? Ich bin zu schnell. Wie ich das so schnell finde? Ich, ähm... Weißt du, wie ich das mache? Ich fliege um die Station so rum, dass ich die Station dauernd anschaue und mich nur seitlich dann drehe. Da ist es. Also ich... Kennst du das? Wie wenn so eine Biene um so eine Blüte rum fliegt? Ich schaue die Station dann dauernd an. Sahi, die Biene. Ich bin die Biene. Oh ja. Ich glaube, ich bin verkehrt rum. Ich glaube, ich bin verkehrt rum. Ja. Ich bin eine richtig geile Biene. Ah! Nein, 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 nein. Das ist meins. Die Nummer fünf, wo du grad bist. Hi. Na, na, ich bin doch hier vorne. Ach, dich. Ja. Ah, zwei Behinderte fliegen um eine Station. Ich blüß, blüß, blüß. So, jetzt. Hä? Ich bin so schnell ohne Landinggear. So, jetzt aber. Putz. Na, komm. Ich darf dieses Deploy nicht so nah an der, an der Station machen. Sonst bekomme ich hier Feinds. Ich habe jetzt hier allein vier Feinds bekommen. Das kostet 1250. Hihi. Ist halt ein Schnäppchen für mich. Ja, ich habe 61 Millionen auf dem Konto. So. 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 Dann verkaufen wir die Kacke. Ja, hier auf dem Community Market. Das ist das ganz oberste links. Und dann gehst, suchst du diesen Scheiß. Das ist Gold. Die ist ziemlich weit unten. Unter Metalle. Und dann draufklicken. Nach links klicken. Auf den Waffenmarkt oder was? Ne, 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 ne. Über deinem Missions, unter dem, über deinem schwarzen Brett ist so ein... Am Warenmarkt. Warenmarkt heißt er auf Deutsch. Und dann weit nach unten unter Metalle. Und dann verkaufen. Dann bekommst du pro Stück wahrscheinlich 8000. Wie viel bekommst du denn? Hm? Gold. Hier. 9400. Ist doch gut. Du hast vier Stück. Du hast schon mal 27.000. Ne, 36.000. Gemacht. Mehr als mit deinen Missionen bisher. Soll ich dir noch was geben oder machen wir jetzt richtige Missionen? Kann ich jetzt irgendwas kaufen? Was mal... Ist mir irgendwas... Hier gibt es leider keine Ausstattung. Wenn du Ausstattung willst, das hätte es bei einer anderen Station hier im System gegeben, die wäre näher an der Sonne. Hätte es nicht so weit fliegen müssen. Oder start mal kurz durch. Start mal kurz durch. Weißt du, starten? Ja, wieder raus. Hier gibt es dir nichts. Und wir fliegen jetzt zusammen. Zurück in dein LH. Wie hieß es? LHS, ADHS-System. In der richtigen Station. Nein! Oh Gott, ey. Jetzt falsche gedrückt. Nein! Was hast du jetzt gemacht? Ich gehe kaputt, ey. Was hast du gemacht? Geparte Inkompetenz. Was hast du gemacht? Was hast du gemacht? Nichts. Wirst du jetzt rausgeschmissen aus der Station, ohne dass du verkauft hast? Nein. Alles gut. Hast du nicht getankt? Alles gut. Alles in Ordnung. Alles gut. Guten Tag, dir hier. Und jetzt? Wo willst du hin? So, ich bin direkt vor dir. So. Geh mal ganz kurz nochmal, drück mal nochmal kurz 2. Geh auf meinen Namen. Ja. Und dann gibt es da diesen Engage-Wingman-Nav-Lock. Siehst du das? Ja. Mach das mal an. Okay. So. Und jetzt visierst du mich an. Ja, dich, hab ich. Flieg hinter mir her. Ich visier mal dich an, damit ich weiß, wie weit du hinter mir bist. 1,7 Kilometer. Okay. Ich boost mal kurz. Und jetzt lässt du mich anvisiert. Und ich mach jetzt den hier. Jetzt müsste bei dir angesagt werden, dass ich irgendwas mache. Ja. Und jetzt müsstest du dann nur, ich hinterlasse jetzt gleich so ein Beacon. Du müsstest dann nur in den Beacon reinfliegen. Ach so. Und dann springst du mir automatisch hinterher. Ich hab es nicht selber gemacht. Ach so. War das falsch, oder? Du könntest auch theoretisch einfach nur in diesen Beacon, den ich hinterlasse, dann reinfliegen. Dann startet der automatisch. Bei dir auch so ein Hyperspace-Supercruise. Und du springst genau da, wo ich schon hinspringe. Ach, cool. Cool. Ja, ist das nicht. Das ist ziemlich. Äh, wo springst du jetzt hin? Weil, oder? Ich hab keine Ahnung, wo es hingeht. Okay, warte. Der Franco sagt, LHS 3447 lohnt sich nicht. Ja, was ist denn dann besser? Ist Ära Warte besser? Ich kann mal kurz hier stehen. Ich warte vor der Sonne auf dich. Wo ist denn die Sonne? Ich seh sie nicht. Da ist die Sonne. So. Wo ist denn die Sonne? Man kommt immer bei der Sonne raus. So. Dann frage ich mal kurz, Franco, was wäre ein gutes System für ein Sandro zum schnellen Miss... Schnell, ähm, die Delivery Missions. Die, die Data Delivery Missions. Galaxy Map. Ich glaub, Ära Warte ist nicht weit weg von hier. Das ist das Anfangsgebiet. Was gibt's denn da nochmal? Da gibt's ja nix. Hä? Da muss es doch eine Station geben. Hm. Das ist noch ein gutes Gebiet. Du bist jetzt da, wo ich bin. Ich hab keine Markierung von dir. Das kann irgendwie nicht sein. Du bist falsch. Ich hab nichts gemacht. Ich bin LHS. LHS 3447. Du bist, äh, im System LT 18486. Wo bist du? Ähm, LHS... L... 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 LHS 3447. Okay, da hin. Okay. Frag mich schon, wo du bleibst. Eigentlich kommt man direkt fast simultan an. So. Und hier? Wieso sind hier die Stationen so weit auseinander? 91.000, 91.000, 91.000, 91.000. Wie weit ist denn die jetzt hier weg? Jo, die ist halt fucking 91.000 Lichtjahre weit weg. Gibt es hier Stationen, die nicht... Ich hab das gerade gesehen irgendwo. Also... Ne, ich stehe hier auf der Stelle. Weil ich mich gerade... Weil ich gerade hier... Was ist denn das hier für eine Galaxie? Ach, hier war ich noch gar nicht. Elite Dangerous Galaxie für Anfänger. Äh, System für Anfänger. Noob-Anfänger-Vollpfosten. Erawate ist gut. Schreibt Franco. Dann fliegen wir noch Erawate. Galaxy Map. Erawate aussuchen. Ich seh's gar nicht. Da ist es. Du bist irgendwo hinter mir. Ich umkreise dich gerade. Genau, jetzt flieg ich hinter mir wieder her. Und jetzt einfach wieder nix machen, theoretisch. Ich mach den hier. Und sobald ich weg bin, fliegst du einfach nur durch meinen grünen Boppel, den ich hinterlasse, durch. Oder ich hinterlasse irgend so ein Beacon. Und dann startet deiner automatisch das Zeug. Hätte ich jetzt gedacht, dass er's automatisch macht. Macht das? Du bist schon weg, oder? Ja, du musst durch meinen... Ja, er lebt irgendwas. Ja, jetzt nicht unterbrechen. Okay, Franco gibt uns gerade den Tipp. Cleavehub oder Ackermann Market sind beide sehr gute... Sehr gute Stationen für Anfänger zum Leveln. Und Farmen. Der hat ein bisschen lang bei mir. Geile Scheiß. So, ich scanne hier nochmal kurz, weil ich hab hier, glaub ich, noch nicht mit meinem guten Scanner mal gescannt. Ich war hier schon ewig nicht mehr. Okay. Hä? Was ist jetzt passiert? What? Hi. Ach so. Okay. Kann sein, dass du vor mir... Äh, wir müssen kurz das ausmachen. Wir müssen kurz den... Den Wing Beacon ausmachen. Das ist so ein kleiner Bug. Wenn einer von uns... Hast du dich grad der Sonne zu weit genähert? Ja. Dann stür... Dann... Der Wing Beacon ist nämlich dafür da, wenn einer von uns überfallen wird, dann springt der gesamte Wing gleichzeitig raus, um zu kämpfen. Und du bist grad in die Sonne geflogen. Und dann bin ich automatisch jetzt auch... Rausgeflogen, sag ich jetzt mal. So. Machen kurz aus, weil sonst fliegen wir dauernd raus. Warte, wo war das auf vier... Funktionen... Genau. Aus. Muss ich gleich wieder anmachen. Äh, warte. So. Markier mal das Cleave Hub. Ich mach ihn anschließend dann wieder. Cleave... Du musst ein bisschen von der Sonne jetzt wegfliegen. Dann mach ich ihn wieder an. So. Cleave Hub. Hä? Ich hab's doch grad markiert. Was soll denn das? No Contacts in Range. Kann einfach nicht sein. Ich bin doch hier. System Map. Hä? Ne, wie... Da bist du ja. Ja, Alter. Du musst... Du musst oben den Wingman-Naflock ausmachen. Den auch noch. Du bist aber jetzt genau vor mir wieder. Ich hab mein Beacon aus. Du musst deinen auch noch ausmachen. Ich hab ihn grad wieder angemacht. Du musst ihn auslassen. Bis du von der Sonne weg bist. è und wir –